Wir bekommen immer wieder die Frage gestellt, was ist denn nun das richtige Fitting-Paket für mich? Wir bieten vier verschiedene Pakete an. Ein Starter-Paket, ein Basic, ein Premium und ein Master-Paket. Im Starter-Paket geht es wirklich um die Einsteiger, das heißt um Leute, die sagen, ich möchte die richtige Schaftlänge, die richtige Griffdicke, die richtige Schlägerkopfbreite und vor allem die richtige Set-Zusammenstellung. So, dass dieses Schläger-Set möglichst die ersten ein, zwei, drei Golfjahre möglichst viel Spaß macht und Fehler bzw. auch teilweise Verletzungen verhindert. Im zweiten Paket, in dem Basic-Paket, gehen wir eure eigenen Schläger in der Werkstatt durch, das heißt wir vermessen diese, wir gehen am Launch-Monitor eure Ballflugdaten zusammen durch und ihr bekommt am Ende eine Empfehlung von uns zugesendet. Im Premium-Paket geht es dann einen Ticken mehr noch um den Körper, das heißt wir schauen uns Defizite und Potenziale an, gucken, wo könnt ihr hier was rausholen, ihr bekommt Drills mit an die Hand. Wir präparieren im Nachgang nochmal eine sehr detaillierte Zusammenfassung mit dem Fitting-Prozess als auch den Empfehlungen bezüglich eurer Technik. Auch sehr gerne gehen wir hier nochmal mit eurem Trainer die Details durch, sodass ihr langfristig an eurem Golfspiel arbeiten könnt. Im Master-Paket geht es dann einfach nochmal einen Ticken mehr ins Detail. Das hat nichts mit dem Golf-Level zu tun, also mit eurem Handicap, sondern einfach nur mit dem Interesse. Derjenige, der sagt, er interessiert sich wahnsinnig für Ballflugdaten, für Schlägerkopfdaten, für Schlägermaterialien an sich, möchte in der Werkstatt ein Ticken tiefer eintauchen in den Prozess. Was ist genau wichtig, wie wird der Schläger zusammengebaut, ist das das richtige Paket. Alle Pakete beinhalten natürlich ein ganz ausführliches Testing bezüglich der Schläger. Das heißt, wir können in jedem Paket verschiedene Köpfe mit verschiedenen Schäften kombinieren und testen so lange, bis wir wirklich die perfekte Empfehlung für euch haben oder herausgefunden haben, dass euer eigener Schläger sehr, sehr gut zu euch passt oder eben nur minimal abgeändert werden müsste. Die letzte Unterteilung ist dann hinsichtlich der Zeit. Das heißt, wir unterteilen das Bag in vier Kategorien. Die erste Kategorie wäre der Putter. Die zweite Kategorie wären Eisen und Wedges. Die dritte Kategorie die Transportschläger, also Hybriden und Ferwerhölzer. Und die letzte Kategorie der Driver. Je Kategorie sollte man ungefähr eine Stunde Zeit einplanen. Also geht man das ganze Gag durch, dann braucht man in der Regel vier bis teilweise sogar fünf Stunden. Möchte man sich nur die Eisen checken lassen, ist unser kleinstes Paket auf eineinhalb Stunden getrimmt. Zum Beispiel Eisen und Driver brauche ich zwei Stunden als Paket. Ihr könnt ganz bequem auf unsere Website schauen, was das richtige Paket für euch ist. Findet da auch nochmal Detailinfos dazu, wo genaue Unterschiede liegen. Und könnt dann entweder online die Buchung vornehmen oder wenn ihr euch da nicht wohlfühlt, einfach bei uns in der Hotline anrufen und zusammen am Telefon die Buchung besprechen. Letzte Möglichkeit ist, ihr sendet uns einfach eine E-Mail an unsere Info at hio-fitting.de. Wir freuen uns auf euch.